Fühlst du dich heute gespenstisch? Dann lass uns eintauchen mit dem Gesicht voran in die epischen Halloween-Hacks. Was ist das? Ist wirklich schon Halloween? Ich hab nicht einmal ein Kostüm. Ah! Jetzt wirst du Halloween bestimmt nicht mehr vergessen. Ah! Nein! Als ob es nicht schlimmer werden könnte. Ich hab kaum was davon gegessen. Das ist eigentlich ziemlich genial. Für dieses Kostüm brauchst du einen weißen Schminkstift und male so damit. Mit einer lustigen Farbe malst du den oberen Bereich aus. Vorsichtig. Tupfe jetzt etwas Setting-Powder auf das Gemalte. Jetzt gehst du mit Braun der Linie entlang. Nimm weiße Schminke und geh wieder der Linie entlang. Dann umreiße dein Augenlid. Jetzt wird es Zeit für Streusel. Kleb sie mit einer Pinzette auf. Je zufälliger du sie platzierst, desto besser. Schön! Nimm jetzt eine Waffel und steck sie aus dein Kopf. Das Haar wird sie halten. Und Haarnadeln sichern sie ab. Das ist das personifizierte Eis. Sieh mal, wer bereit für die Party ist. Du siehst toll aus. Die Idee ist mir einfach eingefallen. Willst du an diesem Halloween für Furore sorgen? Nutze schwarze Schminkfarbe, um die Form um deine Lippen auszumalen. Jetzt die Leim-Mischung. Gieß etwas Elmers Leim in eine Schüssel. Dann ein bisschen Mehl dazu. Zerreiß etwas Toilettenpapier. Und misch alles gut durch. Trage es im unteren Bereich deines Gesichts auf. Die dicke Textur macht dir den Unterschied. Hast du künstliche Nägel herumliegen? Schneid sie so, dass sie so aussehen. Nimm etwas Farbe und benutze einen Schwamm, um den Nagel einzufärben. Siehst du, wie sie ineinander übergehen? Perfekt! Jetzt wird es Zeit, sie in Zähne zu verwandeln. Stecke sie direkt unter den Kleber. Jetzt benutze Foundation, um es etwas natürlicher aussehen zu lassen. Vergiss die Lippen nicht. Ja, ganz rundum. Dann tupfe deine Wangen ab, mit falschem Blut auf einem Schwamm. Es kann nie genug Blut sein, oder? Und einfach so... ...bist du ein verrückter Chirurg. Entspann dich. Schau dir diese geile Party an. Wow, sein Kostüm ist der Hammer. Ich könnte einen Arztbesuch gebrauchen. Ich geh mal rüber. Hallo, du... ...tolles Kostüm. Das ist erst der Anfang. Ähm, ich... ...ähm... ...hast du vor ein paar Zehen Angst? Ah! Angsthase. Komm schon. Diese Party läuft echt gut. Hey, Leute! Wir sind hier gerade im Gespräch. Was ist deren Problem? Entschuldigung. So empfindlich. Ich wette, die hätten gern mein Lichtschwert. Passt auf, Leute. Die Macht kommt. Oder auch nicht. Warum will niemand mit mir reden? Hey, ich weiß. Reiß ein Stück essbaren Harz ab. Und rolle es zu einer kleinen Kugel. Dann lege sie in eine Eiswürfelschale. Mach weiter, bis sie voll ist. Stell es beiseite. Und hol dir etwas Gelatine. Gieße Wasser hinein. Und mach das auch in einer zweiten Schüssel. Jetzt ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe. Gut umrühren. Und in die Mikrowelle damit. Stell sie auf eine Minute ein. Nun zum nächsten Schritt. Erinnerst du dich an das Eisfach? Gib ein paar Tropfen von dem Blau rein. Ja, in jeden einzelnen. Nimm jetzt die weiße Gelatine und gieße sie großzügig ein. Decke es zu und stelle es in den Gefrierschrank. Wenn sie fertig sind, sollten sie so aussehen. Siehst du? Willst du auf der Party ein Hit sein? Augäpfel? Möchte jemand? Sieht nach einer guten Idee aus. Ups. Mein Auge ist wieder rausgefallen. Das tut weh. Es ist in dein Getränk gefallen. Mir wird gleich schlecht. Wie kann das überhaupt passieren? Ich hole es raus. So. Nur Spaß. Wer macht sowas? Dieser Kerl ist total verrückt. Ich weiß, es ist Halloween. Trotzdem ekelhaft. Für den nächsten Look male das auf deine Brust. Für die Mischung nimm eine Schüssel und etwas Elmas Leim. Fülle ein bisschen ein. Dann gib etwas Mehl dazu. Und ein paar Schnipsel Küchenpapier. Und mische alles. Benutze den Stock, um es so zu verteilen. Dann mit einem Pinsel Foundation auftragen. Der Schlüssel hier ist ein sanfter Übergang zu deiner Haut. Benutze rote Schminkfarbe, um diesen Teil deiner Brust einzufärben. Achte darauf, dass die Schicht dick genug ist. Mit etwas brauner Schminke fügst du kleine Markierungen wie diese hinzu. Dann verwische sie etwas. Jetzt nimm schwarz und bedecke deinen Hals damit. Mach weiter bis ganz nach oben. Hinter den Ohr nicht vergessen. Siehst du dieses kleine Ding? Klebe es hier auf. Jetzt fügst du etwas Kunstblut dazu. Lass es so entlang des Randes tropfen. Mach auch etwas auf dieses Stück. Wow, das sieht super gruselig aus, oder? Oh Gott, ich wusste nicht, dass der Film so gruselig wird. Was? Was ist hinter der Schranktür? Oh Mann, ich werde definitiv sterben. Was war das? Hilf mir, Thomas. Chloe? Bitte? Ah! Hey, das lief besser als ich dachte. Ah, kann Geschichte noch langweiliger sein? Von der Klingel gerettet. Seh dich später. Chloe, warte. Du hast auf Kaugummi gesessen. Echt jetzt? Das ist so eklig. Wie kann mir Kaugummi so etwas antun? Aber ich habe eine brillante Idee. Ja! Okay. Lass uns die Situation umdrehen. Nimm Tape und klebe es an die Unterseite des Kleides. Perfekt. Jetzt nimm ein kleineres Stück und schneide den Buchstaben B aus. Zieh die Rückseite ab und kleb ihn auf. Jetzt buchstabiere Bubblegum. Was ist Bubblegum ohne Blasen? Kleb ein paar auf. Und auch noch ein paar unten. Bereit für deinen Kaugummi? Mit Sicherheit werden sich einige Köpfe umdrehen. Wahnsinn! Also, Thomas, was denkst du? Bin ich wieder hergestellt? Du bist echt keck. Wow! Unglaublich! Fröhliches Halloween! Na, welche dieser Halloween-Hacks willst du selbst nutzen? Wir sind immer noch nicht über das Killer-Chirurgen-Kostüm hinweg. Teil dieses Video mit deinen Freunden für eine gruselige Inspiration. Hast du dir die schon angeschaut? Abonnier unseren Kanal, damit du keinen Spaß verpasst. Änderung fallen? Los bosstens. Du bist das die Bibelkundigen. Bis dann! Du bist alle um Odd Disney tall und auch das SIM-E encaPsg наши carsonni. Bis dann.